hallo leute haha ja da ist auch wieder der echo mensch ich werd bekloppt ja willkommen zu einer neuen folge endlich möchte ich doch eigentlich mal sagen endlich zu einer neuen folge von back to the future the game das ist episode 4 double vision wir sind marty wir sind im jahr ich glaube 1932 oder so ähnlich 31 32 keine ahnung jedenfalls gab es hier einen kleinen fehler in der letzten folge ich muss mir das noch mal kurz angucken weil ich muss mich erst mal wieder so ein bisschen reinfinden story mäßig wir müssen irgendwie tricks dazu dazu bringen etna dort drüben eifersüchtig zu machen und wir brauchen irgendwie ein auto und ich kenne die steuerung absolut gar nicht mehr okay das hier ist die hill valley expo an der schule glaube ich zug der zukunft ähm ach so jetzt geht er da rum okay cool so ich habe gesagt wir brauchen ich will hier raus danke wir können noch mal schneller laufen okay mit b wenn man b gedrückt hält kann man schneller laufen das jetzt schon wieder eine umgewöhnung von der steuerung her weil ich jetzt vor kurzem andere spiele gespielt habe unter anderem life is strange ich habe erst diverse let's plays gesehen bis episode 3 also da ich komm das musst jetzt auch mal selber spielen was ist doch fessender wenn man das selber spielt aber das habe ich nicht als würde ich auch nicht als let's play machen weil das möchte ich doch in aller ruhe sage ich mal spielen so lastwagen okay i'll have to find my will somewhere else toll keine schlüssel super das hier waren die quests du brauchst einen neuen fahrbaren untersatz um quer durch die stadt zu emmets labor zu kommen stimmt ja die zeitmaschine war irgendwie defekt hat ich ja gesagt wir sind irgendwie anstatt im juli oder juli sind wir im august gelandet oktober gelandet das ist der alte doc aus der falschen zukunft möchte ich mal sagen das wäre richtig aber ein skateboard wird es ja noch nicht geben so komme ich jetzt einfach eigentlich ich hier hoch typ hallo typ hey excuse me yeah when does the expo tonight anybody without official business here please get off the ground you got official business here yeah der ist aber unfreundlich nein scheiße das ist der typ aus der bar damals schnell weg so kommen wir denn hier in diese tür rein ne das sind kisten davor was zum geiler muss ich jetzt hier machen das ist ja ein toller anfang ach hier geht's weiter ne geht's noch nicht weiter duschkopf was denn für ein duschkopf diamantförmiges prisma es geht extra da rum echt was haben wir denn so an gegenständen list of emits strengths ne ich würde es mir gerne angucken danke objekte untersuchen ich habe noch einiges zu tun ich habe noch einiges zu tun ist gut was faithfulness model citizen ok man ich muss jetzt mal echt wieder reinkommen tut mir leid leute Docs Notizbuch ist klar Zeitung von 86 die Gitarre und Vater äh Vater Vater von George genau Foto von George hm da gibt es so viele Knippe die Zeitung sieht für unsere fairer Metropolis schau mit uns 50 Jahre into the future for a peek at Hill Valley circa 1981 courtesy of Hal's Hardware and the collective imagination of mankind could this be our venerable town square yes indeed though the form looks strange and new the function remains the same as ever but where are all the people why they're underground a network of burrows extends a mile into the earth giving future Hill Valley 10 million citizens plenty of space to work play and raise their families is is ja ein Traum muss ich jetzt echt alle Knöpfe durchgehen of course our residents will want to venture forth into the fresh air occasionally and what better excursion than a pleasure ride in this elevated super train of tomorrow ich wette ich wette einer der knöpfe bringt irgendwas zum leuchten da oben wahrscheinlich hier diesem klunker den er vorhin gesagt hat woher kommt das wasser bitteschön jaja man das will ich doch nicht ich will hier hallo den will ich genau boop und after the rain what else an artificial rainbow reassuring all the good people of hill valley that their needs are take ah this is got my oh my future wouldn't be built so shoddily uh hi miss strickland i was just break what you like mr callahan it's no skin off my nose just keep away from emmet's booth speaking of whom i better go see what's keeping him um i'll go check on him for you i was just heading there anyway no you weren't the last thing he needs is another distraction at the eleventh hour but not another word i've got the rest of the day all mapped out miss strickland oh oh i'm sorry i don't recognize you heavens you shaved off your hair but carl sagan i'd like a word with if i may i'm not sure it would be seemly for me to be seen in the company of an alleged arsonist i think it may be in your best interest you see let's go somewhere where we can talk privately go i'll keep her occupied until you get back to and we have a skateboard zugs skateboard Ich will mal RT drücken, um schneller zu laufen, aber das ist Kratsch. Geht nicht so. Hey, Arthur. Hey, Artie. Hey, Mr. G-Man. Wie ist die, äh, Untercover-Operation? Wenn alles wie planiert ist, sollten wir jetzt alles richtig schnell abrufen. Na, wenn es Zeit ist, meine Part spielen, sag einfach die Worte. So, sind Sie für Anmeldungen zuständig? Haben Sie Sylvia schon getroffen? Tricks, sie sieht hübsch aus. Wie läuft's? Ohne Kit? Was machen? Was? Wie macht sich die Expo? Okay, fangen wir erstmal rum, man. So, Sie sind der Registration-Gauss für die Expo? Und Chief Accountant und Paymaster. Hey, Sie kommen in der Welt. Und nichts davon hätte passieren können, wenn ich nicht zu dieser Subpoena reagiert hätte. Hm, haben Sie Sylvia schon getroffen? Ja. Halten Sie die Augen nach Sylvia offen. Äh, also soll ich sie anpissen? Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Ich liebe Trixie's neue Outfit. Cost the Expo $14.89, aber es war every penny. After all, sie ist die Publick face of the Expo. Techni, muse of Progress. Techni. Ich weiß nicht, dass du missen, für Kid Tannen? No, sorry, Bob. I don't know how I ever got mixed up with an abusive, gun-toting thug like that. He even stiffed me on overtime pay. I think the Hill Valley Expo will be a success. I don't see why not. Why shouldn't California have its own high-technology center? Hm. Okay, mehr können wir jetzt eigentlich nicht machen, hier. Verdammt. Ich weiß nicht, was du machst, Grandpa. Grandpa? Äh, das ist unser, äh, Codename für dich. Oh, ha, lustig. Äh, ist das lustig. Pff. So, ich will jetzt hier, hallo, ich will hier. Die Steuerung ist manchmal echt. Die hat sich nicht geändert. Nach der langen Zeit, wo ich nicht gespielt hab. Grauenvoll. So können wir Trixie sagen, dass Arthur jetzt irgendwie... Dass Arthur nicht mehr so beschäftigt. Ideen, hier. Einen netten Job, kommen sie, äh, machen sie. Was, was macht Artie hier? Ich glaube, das hatten wir schon alles in der letzten Folge. Ja, ja, ja. So. Jetzt haben wir eigentlich das Skateboard und könnten doch jetzt... Hör auf, Emmett. Ich hoffe, du bist bereit für einen großen Freude. Ah. Okay, die beiden quatschen da hinten. Hätte ich jetzt eigentlich mal selber mit irgendwie zu lauschen können oder sowas, aber... Emmett? Ne? Was macht der denn da? Danke für deine Unterstützung, Detective Parker. Detective? What the hell is Kid doing here? Nothing criminal, I assure you. I was just getting a mind map of Mr. Tannen for our exhibition at the Expo. The authorities wouldn't allow Edna and I to stage a demonstration of the mental alignment meter with a violent felon. But this little baby is just as good. Okay, so now what's next? Check the stew, sort the maps. Oh, I almost forgot that. Edna really is cracking the whip, isn't she? Well, yes. But she's got my best interests at heart. Without her, I can get so distracted. Did she send you down here to check up on me? Uh, yeah. She wanted to come herself, but... She's busy too, I know. Well, you're a poor substitute for Edna's lovely features, but... Make yourself at home. Thanks. No thanks are necessary. Without you, I'd never be where I am now. In love with a woman of my dreams. And a mere, six hours from my first public triumph as a scientist. Wait a minute. Six hours? Jumping Jehoshaphat, I'm running out of time. Hmm. Überzeuge Edna davon, dass Emmett kein Musterburger ist, Elvis. Jetzt sind wir aber erstmal bei Emmett. Ach so, das Ausgang, nee, da will ich aber noch nicht hin. Wir müssen ihn irgendwie dazu bringen, dass er nur Frankenstein guckt. Hmm. Emmetts Gedankentierkarte. If I'm gonna take Emmetts Mindmap, I'd better replace it with another one. Äh, mit was denn? Mit Edna irgendwie vielleicht? Irgendwie so, ich weiß nicht. Hier vielleicht Zeitung? Huch. Schuze Zeitung? Nee. Nee. Denn nicht Bildwand. Ja, da hängen sehr viele Bilder. I don't think so. Nein, ich will doch nicht... Weg. So. How does the mental alignment thing work? Here. I'll show you. Hey. The test subject wears this mind mapping helmet, which probes the brain by measuring fluctuations in skin conductance and electrical resistance on the surface of the parietal lobe. Uh-huh. When I turn on the mind mapping helmet with this radio switch, the subject is exposed to a series of visual stimuli intended to provoke a series of positive or negative responses, as indicated by these lights on the helmet. Hey, is that? As the responses are recorded, they're relayed to this special typewriter, which prints out a punch card that represents the subject's mind map. Uh-huh. All I see is a bunch of holes. Well, to you, maybe. But to our mental alignment meter, this mind map is nothing less than a peek into your subconscious. Observe as I place your mind map into the M.A.M. Mom? Lay about. Is that machine calling me a slacker? No, you're own physiological responses did. Ha. Aber die letzte Person, wer war das? Könnte das die Großmutter gewesen sein? Sylvia? Ölkerne. What's this? That's a can of used motor oil, rocket fuel waste and assorted chemical sludge left over from my abandoned rocket car. Gross. Accounting doesn't enter into it, but it is disgusting. Would you mind disposing of it on your way out? Äh, sure. Jetzt haben wir überzeugen... Ja, das haben wir doch schon... ...schlampig ist. Äh? Jetzt auf einmal schlampig? I don't get it. So, was haben wir denn... Knopf zur Welt an der Diaz? Piep. Nothing happened. Well, that button advances the slides during the mind mapping test. It only works, while the test is running. Also, müssen wir den Test irgendwie direkt zum Laufen bringen, oder was? Das ist der Drucker? Stapel Gedankenkarte? What's this? The mind map cards from the dozens of subjects I've tested during the last few weeks. I've got to get them sorted before the expo begins. Why? Edna's got this grand scheme to catalog all of Hill Valley citizens by their mental alignment. Isn't that cute? Not really. Das ist unheimlich süß. Unheimlich. So. What's this typewriter do again? During a mental alignment test, it takes messages from the mind map helmet and turns them into punch cards. Like the one from Mr. Tannen over there. Seems complicated. Actually, it was all rather easy to put together. Once Edna gave me the idea. Sounds to me like you should be working on harder problems then. What? Sorry, I've got to get back to work. Hmm. Daintop. Damn it. What's cooking? That's an old brown family recipe for Haasenpfeffer. Haasenpfeffer? Rabbidsstuh. The trick is to add the cumin an hour after the carrots. Take a whiff. Hmm. Isn't that just about the best thing you've ever smelled in your life? It's, um, powerful, yeah. I've got it on a slow boil for later. Hoch. Aha. Das ist also positiv für ihn. Also, er reagiert praktisch positiv darauf. Okay. Staffelei. Äh, nicht so toll? Äh, ach komm, lügen wir ihn an. It's fine. Really? Really. Oh, that's a relief. You have no idea, how long it took to find one in my mother's photo album. Okay, warte mal. Jetzt will ich doch mal sagen, dass es schrecklich aussieht. What are you looking at? Your picture. Why? Is something wrong? You look a little... constipated. What? Edna said I looked intense. Yeah, intensely focused on taking it. I get the picture. Hmm. I'll have to find a better one. Taking it down. Unfortunately, there's a lot to choose from. Okay. Extremely. Mother has been rather obsessive about photographically cataloging my life. Hmm. Mütter. Naja, was soll's. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir beenden diese Folge. Es ist jetzt eigentlich noch nicht so ver... Äh, 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 ähm, bisschen. So viel passiert in dieser Folge. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass es erst so spät kommt. Und dass noch nicht so viel gekommen ist. Also dann sag ich erstmal, haut rein, fahrt mit bis auf ein Auto. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. So, und ich sage, tschüssili. Tschüssili.